Inversion. Hast du noch einen Potion? Ja. Das ist echt eine Chance. Die Tür ist offen. Kann jetzt überall sein, ne? Jaja, der kann aber nicht sehen. Am besten stell ich mal an die Wand oder so, damit man dich nicht direkt sieht. Ich könnte mir vorstellen, er würde von da wo du jetzt stehst kommen. Oh, ich habe da glaube ich was gesehen. Da wo ich gerade hingucke. Da hat er glaube ich gerade live verloren. Das würde bedeuten, er könnte von hier kommen. Ne, da kommt er, da kommt er. Was ist überhaupt nicht so glücklich. Was ist denn ein Gerät oder soci? Oder ist der hier? Was ist der andere Advertisiert? Das ist der andere Advertisiert. Acht? Hat es nicht so glücklich.